Die besten 5 Kommoden für das Badezimmer Ich habe mir vor kurzem den Wasagel Waschbeckenunterschrank gekauft und bin sehr zufrieden. Er sieht toll aus und passt perfekt zu meinem Badezimmer. Er hat zwei Türen und eine verstellbare Ablage, die viel Stauraum bietet. Der Unterschrank ist freistehend und hat einen schönen Landhausstil. Er ist sehr stabil und einfach zu montieren. Ich kann dieses Produkt wirklich empfehlen. Ich bin begeistert von der Holmes & Jones Venice Badkommode. Der Schrank ist aus Holzwerkstoff und hat eine weiße Hochglanzoberfläche. Er ist 37 x 77 x 23 cm groß und passt perfekt in mein Badezimmer. Die Verarbeitung ist sehr gut und die Montage war sehr einfach. Ich bin sehr zufrieden mit dem Schrank und würde ihn jedem empfehlen. Ich bin begeistert von diesem Wasagel Badkommode. Der Schrank ist aus Holz und sieht sehr hochwertig aus. Es hat vier Etagen, die viel Platz für Handtücher, Kosmetikprodukte und andere Badezimmerutensilien bieten. Der Eckschrank ist auch sehr nützlich, um den Raum optimal zu nutzen. Ich bin sehr zufrieden mit der Qualität und dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich empfehle es jedem, der einen schönen und praktischen Schrank für sein Badezimmer sucht. Ich habe mir den eine Vieh-Badschrank gekauft und bin sehr zufrieden. Er ist sehr stabil und schmal, sodass er perfekt in mein Badezimmer passt. Er hat ein offenes Fach und zwei Schubladen, die viel Platz bieten. Es ist auch sehr einfach zu montieren und die Anleitung ist sehr detailliert. Der Schrank ist aus hochwertigem Material gefertigt und sieht sehr schick aus. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Kauf und kann ihn nur empfehlen. Ich habe mir vor kurzem den Mirwell-Badschrank schmal gekauft und bin sehr zufrieden damit. Er ist aus MDF-Holz lackiert und sieht sehr modern und stilvoll aus. Der Schrank hat eine Schublade, eine Tür und zwei Regale, was ihn sehr praktisch macht. Er ist auch groß genug, um all meine Badutensilien zu verstauen. Der Aufbau war auch sehr einfach und die Anweisungen waren klar und einfach zu verstehen. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem Kauf und würde ihn jedem empfehlen, der nach einem hochwertigen und stilvollen Badschrank sucht. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.